Das ist eine Pflanze dann. Und von der kommen aber logischerweise ganz fliege durch. Entschuldigung, ich kenne mich nicht aus mit Gärtnern. Ich liebe den Wald. Ich kenne mich auch so gut aus hier. Geh nicht zu dich da die Wildschweine ran, Adonia. Das ist wirklich gefährlich da hinten. Oh, guck mal! Guck mal! Da ist ein kleiner Helfer der Natur. Du weißt, dass es hochgiftig ist. Also hier werden die Tiere auch gefüttert, damit man sie beobachten und leichter abschießen kann.